Hi! Heute ein ganz kurzes und knappes Video. Und zwar habe ich bei einigen gesehen die 3 Minuten Make-up Challenge. Herausforderung hat das geschrien, ja, weil ich denke, ich bin echt schnell. Als Mutti ist man ja immer so ein bisschen unter Zeitdruck und ich dachte eigentlich, ich bin echt schnell. Wie weit ich wirklich gekommen bin, seht ihr jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.